Für günstige und sichere Coins check MMOGA! Yo, was geht, Leute? Ich bin's wieder, Mert. Ich bin tot, wie immer, vom Training, ey. Heute wieder ein Pack-Opening, aber ich, Dummkopf, ich Vogel, ey. Hab vergessen, meinen Ton aufzunehmen. Oh mein Gott. Ich hab aber richtig übertrieben geile Mega-Duper-Sets. Ich verwechsel alles mit Training, ey. Ich hab auf jeden Fall richtig geile Packs gezogen. Und ich würd sagen, wir schauen uns jetzt mal die Packs an. Oh. Das waren auf jeden Fall richtig geile Packs, Mann. Ich hab mich übertrieben gefreut. Da kommt einfach Neuer, Hazard, Abomion, Inform, Depay, zweimal, bla, bla, bla. Leider keine orangen Karte gezogen. Und ich weiß, jetzt kommen viele, Digga, du hast so viele Coins. Kein Wunder, dass du so viele gute Karten kriegst. Aber ganz ehrlich, ich hab letztens 3 Millionen am Stück gezogen. Und ich hab einfach nichts bekommen. Nichts. Also ich glaub schon, dass das ein bisschen Zufall ist. Auch ein bisschen Glück. In dem Fall hab ich Glück und einige von euch nicht. Ja, Mann. Falls dir das Video gefallen ist, auf jeden Fall einen Arm hoch da. Und ich würd sagen, ich wünsche mir das nächste Mal. Haut rein. Und Peace. Unsere Zielperson ist halb schwarz. Sie trägt ein Glas, Brille. Und auf drei, Digga, schießt du auf ihn, okay? Auf drei, schießt du auf ihn, Digga, los.